Feministische Bibelgespräche – der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann Willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Bei mir sitzt meine Freundin Lucia Sutter-Rehmann. Sie ist Professorin an der Theologischen Fakultät der Universität Basel. Mein Name ist Ulrike Metternich. Ich bin Projektstudienleiterin der Evangelischen Akademie zu Berlin. Hallo Ulrike und ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite. Lucia, vor kurzem hat mich ein Freund gefragt, was macht ihr beiden denn eigentlich in eurem nächsten Podcast? Und da gab ich so die flapsige Antwort, wir werden erzählen, dass die zwölf Apostel keine zwölf Männer waren. Und die spontane Reaktion, das ist ja Unsinn. Vermutlich werden das sicherlich auch einige unserer Hörerinnen und Hörer sagen. Die zwölf Apostel, das sind doch zwölf Männer. Da kann man feministisch nichts machen. Die Namen sind doch alles Männernamen. Und so steht es in der Bibel. Und alle Kunstwerke durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch stellen doch immer die zwölf Apostel als zwölf Männer dar. Ja, darum ist es ja auch eine ganz fundamentale Frage, die wir uns unbedingt anschauen sollten. Sind die zwölf Apostel feministisch ein hoffnungsloser Fall? Ich meine ja nicht, im Gegenteil. Wenn es uns gelingt, sie biblisch zu verorten, dann werden sie zu einer bunten, diversen Frauen und Kinder einschliessenden Gemeinschaft. Ja, aber wenn wir uns jetzt mal die Abendmahlsdarstellungen vornehmen. Diese berühmten Gemälde, wo Jesus am Tisch sitzt mit seinen zwölf Männern. Und das berühmteste Gemälde, das ganz viele Leute kennen, das stammt ja von Leonardo da Vinci. Und viele kennen das, dieser lange Tisch mit weissem Tischtuch. Und auf der einen Seite des Tisches sitzen sie da. Zwölf Männer und Jesus, alle schön aufgereiht. Leonardo malte dieses Bild Ende des 15. Jahrhunderts. Also, das ist ja schon eine ganze Weile her. Aber er malte seine damalige Welt, das heisst, wie er sich die Zwölf vorstellte. Er malte zwölf kräftige, wohlgenährte, vornehm gekleidete Norditaliener aus der Toskana. Aber mit der biblischen Realität aus dem ersten Jahrhundert hat das jetzt sehr wenig zu tun. Ja, Leonardo hat drei Jahre an diesem Bild gemalt. In den Jahren 1494 bis 1497. Und das war genau in der Zeit, als Kolumbus und seine Seefahrer den Seeweg nach Indien gesucht haben. Und der Kolonialismus begann. Und von Menschen aus anderen Erdteilen ist auf diesem Bild nichts zu sehen. Keiner der Männer stammt aus den neuen Welten. Also, alle sind weiss. Solche Darstellungen haben unsere Vorstellungen von Kirche dann auch festgeprägt. Sie widerspiegeln ein eurozentrisches Kirchenbild. Bis heute. Sie haben aber wenig mit der biblischen Realität zu tun. Das müssen wir uns wirklich bewusst sein. Die Leute um Jesus, die waren arm, armgekleidet, einfache, jüdische Menschen. Vom Aussehen her entsprachen sie dem nahöstlichen Gemisch von Kulturen und Völkern. Da haben wir schon mal einmal diesen Punkt, dass wir andere Vorstellungen entwickeln. Und wir werden uns bewusst, dass wir viele Bilder sehen und auch viele Abendmahlsbilder sehen, die aus ganz verschiedenen Jahrhunderten stammen, aber nicht der Zeit des ersten Jahrhunderts entsprechen. Denn Jesus war jüdisch und alle seine Leute, die Apostel, Apostelinnen, die Jünger und Jüngerinnen. Und das wirklich mal wahrzunehmen, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber Lucia, es bleibt doch bestehen. Wenn wir jetzt diese Bilder sehen, dann sehen wir zwölf Personen. Und das sind alles Männer. Und wir lesen die Namenslisten in den Evangelien. Namenslisten, die nur Männernamen enthalten. Ja, das stimmt. Und diese Namenslisten, die stehen in drei Evangelien. Also Matthäus, Markus und Lukas Evangelium. Wenn wir sie genau anschauen und miteinander vergleichen, dann fällt aber auf, die sind ja gar nicht identisch. Darauf hat schon die Neutestamentlerin Luise Schottroff hingewiesen vor einigen Jahren. Also, es gibt Namenslisten, die nennen einen Thaddeus, aber andere kennen den nicht. Dafür nennen sie einen zweiten Judas, damit es wieder aufgeht. Naja, vielleicht ist das versehentlich so reingekommen. Oder vielleicht war das ja auch ein Schreibfehler. Oder ein Name ist nicht so richtig überliefert worden. Das war vielleicht nicht alles sieb- und stichfest. Ja, ja, wir können das schon irgendwie zu erklären suchen. Aber der Fakt ist, dass wir einfach unterschiedliche Namenslisten haben. Die werden uns zugemutet. Und dann kommt noch dazu, dass auch die Zweitnamen, die Beinamen dieser Apostel nicht identisch sind. Und drittens die Reihenfolge, in der sie genannt werden, die variiert. Also ich denke, wir haben da doch einiges zu sortieren. Das ist ja ein ganz spannender und neuer Gedanke mit diesen Variationen, die da drin sind. Das ist irritierend, aber auch wichtig. Oder was sagt das aus? Und was passiert da, wenn wir das so bewusst wahrnehmen, dass diese Variationen da sind und dass wir diese Variationen auch zulassen? Also Fakt ist, wir haben Variationen. Warum? Darüber können wir spekulieren, aber ist ja eigentlich auch irgendwo nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir Variationen haben. Und wir wissen nicht, welches die richtige Liste ist und ob es überhaupt eine richtige gibt. Ich würde auf jeden Fall nicht mich jetzt in diesen Fehlern oder Theorien verlieren, warum das unterschiedlich ist, sondern die Vielfalt ist das Spannende. Und ich denke, lassen wir uns doch einfach mal auf diese Unterschiede, auf diese Varianten ein. Also erstens einmal, es ist gar nicht wichtig, die Zwölf auswendig zu kennen oder herunterrattern zu können, sondern zu wissen, das sind Listen mit Unterschieden. Biblisch macht das sehr viel Sinn. Es wird immer wieder in der Bibel positiv notiert, wenn man lebendig und aufmerksam erinnert und auch kritisch mit der Tradition umgeht. Auf jeden Fall bieten diese vielen Variationen ja auch Spielräume. Wenn das so unterschiedliche Namenslisten sind, kann man da ja auch Möglichkeiten drin sehen. Das eröffnet Denkräume. Ja, und Denkräume sollten Frauen immer nutzen. Ja, wir könnten diese Variationen ja auch als Türöffner nehmen. Lucia, um die Reihen zu öffnen für Frauen, ich denke, so siehst du das wohl auch. Und wenn ich überlege, welche Frauennamen würde ich denn gerne sehen oder auch hören, dann erinnere ich mich natürlich sofort an Maria Magdalena oder die Schwestern Martha und Maria. Ja, und natürlich könnten wir auch Junia hinzufügen, die Apostelin oder Phöbe, die Gemeindeleiterin von Kenchrea. Das würde doch passen. Wenn wir diese Frauen dazunehmen würden, dann würde sich unser Bild von Kirche ziemlich verändern. Die Kirche als Gemeinschaft von engagierten und mutigen Frauen und Männern wäre es dann. Wir sind ja schon eine Kirche von engagierten, mutigen Frauen und Männern. Aber das wird so häufig gar nicht wahrgenommen und auch nicht in Bildern dargestellt. Aber da würden wir doch gerne hinkommen. Aber diese Männerlisten, die haben wir jetzt immer noch nicht geknackt. Nein, haben wir nicht. Also ein weiteres Schritt beim Aufknacken. Das ist die Zwölfzahl. Die Namenslisten in den Evangelien enthalten ja nicht einmal elf und ein anderes Mal dreizehn Namen. Sie sind sich einig, dass es wirklich zwölf sein müssen. Darum müssen wir diese Zwölfzahl, griechisch, do, de, k, genau anschauen. Das stimmt. Also wenn du das so sagst, zwölf, das ist wirklich eine biblische Zahl. Und wenn ich die jetzt auf dem jüdischen Hintergrund höre und auch im Kontext des Ersten Testamentes, dann wird mir natürlich sofort bewusst, dass da immer von den zwölf Stämmen Israels gesprochen wird. Oder die zwölf Söhne der Jakobsfamilie. Und zwölf bezeichnet immer das Ganze, den Kreis, der geschlossen ist, also vollständig. Und die zwölf Zahl, die finden wir auch im Tempel von Jerusalem. Zum Beispiel auf dem Brustschild der Hohepriester, da waren zwölf Edelsteine eingesetzt. Und jeder Edelstein trug einen Namen der zwölf Stämme Israels. Die zwölf, das ist der Schmuck Israels. Und wenn wir nochmal an den Tempel denken, im Allerheiligsten des Tempels von Jerusalem lagen immer zwölf Schaubrote. Nicht elf und nicht dreizehn, sondern zwölf. Ganz genau. Das bedeutet eben, dass die zwölf eine symbolische Zahl ist. Wir verstehen sie falsch, wenn wir sie auf die Anzahl reduzieren. Als ob es bei Jesus wirklich um, ja, zahlenmässig zwölf gehen würde. Wie du sagtest, Ulrike, die zwölf Söhne Jakobs, die weisen auf die grosse Zusammengehörigkeit hin. Also viele verschiedenste Stämme, Unterstämme oder Familien, Grossfamilien, die haben einen gemeinsamen Ursprung. Eine gemeinsame Geschichte und auch einen gemeinsamen Weg. Auch wenn sie miteinander Konflikte und Streitereien haben. Zwölf meint, niemand fehlt. Niemand steht schmollend in der Ecke oder ist ausgeschlossen. Nein, es sind alle da. Alle sitzen gemeinsam am Tisch oder in einem Kreis. Und zwölf heisst eben auch eigentlich Kreis. Ein runder, ganzer, vollständiger Kreis. Ja, und wenn ich an Rund und Kreis und zwölf denke, da fallen mir auch die Sternzeichen in der Astrologie ein. Das sind ja auch zwölf an der Zahl. Und die bilden den ganzen Himmelskreis. Und wir teilen auch das Jahr in zwölf Monate auf. Zwölf Monate, das ist der ganze Jahreskreis. Zwölf ist eine runde Zahl, die das Ganze meint und das Ganze umfasst. Also wenn es heisst, Jesus und die Zwölf, dann bedeutet das, Jesus war mit allen unterwegs. Mit dem ganzen Volk, mit Menschen aus allen zwölf Stämmen und verschiedenen Himmelsrichtungen. Und das meint sicher nicht, dass er nur mit einer Handvoll von männlichen Jüngern unterwegs war. Ja, ich denke auch in unserer Vorstellungswelt ist das ja auch nicht so, dass Jesus nur mit Männern unterwegs war. Aber weißt du, was mir auch noch dazu einfällt, warum von den Zwölfen gesprochen wurde? Es konnte in der damaligen Zeit nämlich gefährlich sein, von einer großen Gruppe zu erzählen. Die Römer hatten immer Angst, wenn sich zu viele Leute zusammenschlossen. Und jede Bewegung, wie auch die messianische Bewegung, die stand unter dem Verdacht, eventuell zum Widerstand gegen Rom aufzurufen. Größere Gruppen wurden genau beobachtet. Denn es herrschte keine Versammlungsfreiheit im alten Rom. Wenn jetzt gesagt wurde, Jesus war mit den Zwölf unterwegs, und man hörte das mit jüdischen Ohren, dann kann man denken, ja, das waren die zwölf Stämmen Israels, das sind alle. Aber mit den Ohren der Römer gehört zwölf, das sind ja nicht so viele. Das ist ja nur eine Handvoll. Ja, das ist ein spannender Punkt, den wir mitbedenken können, so dieses Subversive von dieser Zahl. Die Evangelien wollten keinen Verdacht erregen. Eine Widerstandsbewegung zu bilden. So können wir die Zwölf also als Deckname auch lesen. In jüdischen Ohren klang zwölf ganz gross nach dem ganzen Volk. In römischen Ohren aber war das, ich sage mal, eine bessere Fussballmannschaft. Das heisst eine überschaubare Zahl. Ja, und was auch noch dafür spricht, dass zwölf eher als eine symbolische Zahl zu lesen ist, da denke ich einfach mal an den Alltag. Also, Jesus geht mit seiner Gruppe Tag für Tag, wandert er ein Stück, nimmt seine Jünger und Jüngeren mit und alle, die ihm folgen wollen, er geht von Dorf zu Dorf. Und ich stelle mir vor, der hat sicherlich nicht jeden Morgen bis zwölf gezählt. Eins, zwei, drei, vier und dann immer hoch bis zwölf und gesagt, der eine geht noch mit oder der andere geht nicht mit oder die bleibt hier oder die kommt noch mit. Jetzt sind noch nicht die richtige Anzahl. Und ich meine, das ist ja gar nicht lebenspraktisch. Und was wir ja auch wissen aus den Evangelien, dass in der Gruppe immer Frauen mitgegangen sind und ganz häufig werden auch die Kinder erwähnt, dass die auch dabei waren. Also es war schon eine sehr große, bunte Gruppe. Ja, und das heisst eine unübersichtliche Gruppe. Und abgezählt wurde sicher nicht. Zwölf meint einen runden Kreis. Da meinen wir nicht einen geometrisch runden Kreis, sondern einen schönen, wohlgeformten oder auch vollständigen Kreis. Zwölf meint, um Jesus herum war kein ungeordneter Haufen, ohne Verbindungen zueinander, ohne gemeinsame Geschichte, sondern eben ein Kreis. Ich denke, dass gerade nach dem Krieg und in diesen Jahren, in denen so viele vertrieben und getötet worden waren, es ganz wichtig war, von der Zwölf zu träumen. Wir werden wieder zusammenwachsen. Wir werden wieder eine Grossfamilie, wie zu Zeiten Jakobs. Wir bleiben nicht ein trauriger Haufen, wie wir es jetzt sind, weil wir von den römischen Regionen zusammengeschlagen wurden. Wir werden leuchten wie die Sterne im Himmel oder die Edelsteine auf den Brustschildern der hohe Priester. Die Menschen sammelten sich um Jesus und schöpften Hoffnung. Sie wussten, wir sind die Zwölf. Es gibt Zukunft für uns. Ja, Zukunft für euch. Das ist so viel schöner, wenn wir so die Zwölf lesen, wenn wir sie gemeinsam hin und her wenden, sie einordnen und von verschiedenen Seiten her abtasten. Und wir sehen weit mehr als zwölf Männer. Wir entdecken wunderbare Visionen und Zusammenhänge mit dieser Zahl. Jetzt wird diese Zwölf ein großes Hoffnungsbild. Und das war ja in der damaligen Zeit tiefer ankert. Die Zwölfstämme Israels, das war ein Hoffnungsbild, eingeschrieben in die Tradition, in die biblischen Schriften. Das haben alle sofort verstanden. Eine Vision, die trägt, obwohl es die Zwölfstämme in Israel längst schon nicht mehr gegeben hatte. Die meisten Stämme waren schon lange nicht mehr existent. Doch in Erinnerung gab es sie. Und man sprach von ihnen und man konnte sich auf sie beziehen. Die Zwölf, das war eine feste Größe. Eine Hoffnungsgröße. Und eines Tages würden sie alle wieder beisammen sein. Das Fehlen würde ein Ende nehmen und alles würde endlich ganz sein. Ja, da sieht man doch, wie die Zwölf in die Vergangenheit hineinragt, in die Erinnerung und die Geschichte und in die Zukunft, in die Hoffnung. Also es hat einmal Zwölf gegeben und eines Tages wird aus den Heimatlosen und Vertriebenen wieder die Zwölf ein neues, ganzes Volk werden. Sehr schön. Und wollen wir jetzt noch mal die Namenslisten der Zwölf sorgfältig anschauen und im Kontext lesen? Lucia, machst du mit? Ja, ich lese mal aus dem Markusevangelium, aus dem Kapitel 3. Die Berufung der Zwölf Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte, und die gingen hin zu ihm. Und er setzte Zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, zu predigen, und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die Zwölf ein, Simon, ihm gab er den Namen Petrus, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Namen Boenerges, das heisst Donnersöhne, und Andreas und Philippus und Bartholomeus und Matthäus und Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Thaddeus und Simon Kananeus und Judas Iskariot, der ihn dann verriet. Wenn ich mir jetzt diese ganzen Namen nochmal so anhöre, muss ich ehrlich sagen, die wenigsten Namen kenne ich wirklich. Bartholomeus, Alpheus, Thaddeus, Simon Kananeus, die kommen eigentlich in den Evangelien sonst gar nicht vor. Diese Namen spielen sonst keine Rolle. Ja, ich kenne sie auch nicht. Die könnten wir wirklich mit der Maria Magdalena und den grossen Jüngeren gefahrlos ersetzen. Aber beginnen wir nochmal mit der Überschrift, die hier in der Luther-Übersetzung steht. Die Berufung der Zwölf. Also diese Zwischenüberschriften, die stehen ja überhaupt nicht im griechischen Text, also in den alten griechischen Manuskripten. Dazu kommt das im griechischen Text, das Wort Berufung auch nicht steht. Auch nicht Einsetzung, Amtseinsetzung oder so. Jesus ruft Leute bei ihrem Namen. Im Griechischen steht, wenn wir ganz genau lesen, Jesus machte die Zwölf. Also, dass die Überschriften eingesetzt wurden, das weiß ich ja schon. Also diese, dass da alles um eine Berufungsgeschichte gehen sollte, aber das Wort Berufung vielleicht so gar nicht so vorkommt. Aber jetzt sagst du, da steht, Jesus machte die Zwölf. Das klingt in meinen Ohren erstmal unverständlich. Wie kann man denn Zwölf machen? Also, ich will damit sagen, dass im griechischen Text nicht Einsetzen steht, sondern das Verb Poiein. Und das heisst machen, formen, bauen. Jesus formt aus der Menge die Zwölf. Das Verb Poiein finden wir an einigen spannenden Stellen, zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Im ersten Satz der Bibel, da heisst es am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und eben schuf, also das heisst auf Griechisch Poiein, machen. Also Gott machte Himmel und Erde. In dem Kontext hat dieses Wort Machen einen ganz schöpferischen Klang. Da beginnt etwas ganz Neues. Und da zeigte sich immer wieder, wie gut es ist, da mal ganz genau in den griechischen Text hineinzuschauen. Und eine Übersetzung, die damit arbeitet, dass hier berufen wird oder eingesetzt wird, das ist doch zu kurz gesehen. Denn dann haben wir den Eindruck, dort würde eine Ämterkirche gegründet. In den Ohren der damaligen Menschen, die noch nichts von einer Kirche wussten, aber ihre Bibel ziemlich gut kannten, da klingt dieses Wort Poyen doch ganz anders. Da klingt mit, dass es hier um die Erschaffung von etwas Neuem geht, wie um die Erschaffung von Himmel und Erde. Gott machte den ganzen Lebensraum und alles Lebnerin. Das erzählt ja das Buch Genesis am Anfang. Gott machte auch da das Verb die Menschen. und das wird dann auch ganz liebevoll ausgemalt, wie Gott den Menschen seinen Atem einbläst und sie formt mit seinen Händen und nach seinem oder ihrem Bilde gestaltet. Er macht ihnen Schurze und segnet sie, sodass die Menschen wirklich wissen, wir sind von Gott gemacht. Und das heisst es eben geformt, gemacht, gewollt, gesegnet, behütet. Das ist schön. Und dann hört es sich auch nochmal ganz anders an, dass Jesus jetzt hier Menschen bei ihrem Namen ruft. Er ruft sie zusammen. Er erschafft einen Kreis. Und wenn ich jetzt mal diese Vision in die damalige Zeit stelle, du hattest das ja schon erwähnt, das war ja die Zeit nach dem großen jüdisch-römischen Krieg. Die Landstreche, die Städte, alles war verwüstet. Und so viele Menschen waren getötet worden oder vertrieben, in die Sklaverei verkauft. Es herrschte ein dunkles und elendes Chaos. Und gerade in diesen Jahren reden die Evangelien von den Zwölf. Jesus macht die Zwölf. Er ruft sie bei ihrem Namen. Also in einer Zeit der Willkür und der Gewalt ordnet er die Menschenmenge zu Zwölf, zu einer wohlgeformten Ordnung. Er schafft einen Kreis und ein Volk, das am Boden lag, wurde wieder aufgerichtet. Ja, jetzt haben wir Schritt für Schritt die Vorstellung der Zwölf abgeklopft auf ihren biblischen Hintergrund, auf ihre Variationen. Und da gehört der damalig aktuelle Bezug aus dem ersten Jahrhundert unbedingt dazu. Nach dem Krieg, als es nichts Ganzes und Vollständiges mehr gegeben hat, nur Bruchstücke und Ruinen, da ist diese Aussage, Jesus machte die Zwölf, schon ungeheuer kühn. Jesus erinnert die Menschen, dass sie jemand sind. Sie sind nicht nur die Besiegten. Da ist eine grosse Menschenmenge, die am Boden liegt und die werden hier mit Namen gerufen und aufgestellt. Wieder vom Boden in eine Geschichte hineingestellt, in eine ganz alte heilige Tradition. Es ist alles nicht kaputt und zerrissen. Lasst euch wieder in diese Tradition der Zwölf hineinstellen, heisst das. Zusammen werden wir eine Zukunft finden und einen Weg aus der Krise. Das ist eine sehr schöne Hoffnung, die da entfaltet wird. Und das passt auch dazu, wie die Evangelien erzählen, wer alles zu der großen Familie Gottes gehört. So werden zum Beispiel in den Heilungsgeschichten alle Generationen erwähnt. Alte und junge Männer und Frauen, die werden alle geheilt, wahrgenommen, aufgerichtet. Und immer wieder sagt Jesus, auch du bist eine Tochter, auch du bist ein Kind Gottes. Auch du gehörst zu einer großen altehrwürdigen Familie. Und in diesen Geschichten bekommen die Menschen ihre Würde zurück, die ihnen unter der römischen Besatzung abgesprochen wurde. Wir sind ein Teil einer Familie. Gott hat uns alle bei unserem Namen gerufen. Wir sind von den zwölf Aposteln gestartet, den Männernamen, und haben entdeckt, dass sich in der Zwölfzahl viel mehr verbirgt als nur zwölf einzelne Männer. Die Zwölf nur männlich zu verstehen, verstellt den Blick für die biblische Vision einer gemeinsamen Zukunft. Ja, und an diesem Blick möchten wir doch weiterarbeiten. Es geht einfach nicht, Frauennamen und damit das Engagement von Frauen ausgeblendet wird. Und weißt du, Lucia, ich habe da noch so ein ganz aktuelles Beispiel. Die evangelische Kirche erinnert sich ja in diesem Jahr an die Gründung der bekennenden Kirche von 90 Jahren. Die bekennende Kirche hat sich gegen die Gleichschaltung der evangelischen Kirche in der NS-Zeit eingesetzt. Und weißt du, die Namen der Männer aus der Bekennen Kirche, die sind vielen gut bekannt, oft auch Leuten, die gar nicht so eng vertraut mit der Kirche sind. Namen wie Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Helmut Golwitzer und Martin Niemöller. Aber das Spannende, und das wusste ich bis jetzt auch nicht, die bekennende Kirche in Berlin bestand zu drei Viertel aus Frauen. Wow. Drei Viertel aus Frauen. Und viele Frauen haben sich mit Mut und Engagement eingesetzt. So zum Beispiel, ich nenne nur eine, die Studienrätin Elisabeth Schmitz aus Berlin. Die hat nämlich versucht, die Männer der bekennenden Kirche aufzurütteln, damit sie als Kirche öffentlich für die verfolgte jüdische Bevölkerung sich einsetzt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an Frauen wie Elisabeth Schmitz und an die anderen Frauen in der bekennenden Kirche erinnern. Und dazu findet es sich auch noch ein Hinweis in unseren Shownotes. Es lohnt sich einfach nach den Frauen zu fragen. Überall in der Kirche und in der Gesellschaft. Da könnten wir jetzt gerade weitermachen, Ulrike. Ja, sehr gerne, Lucia. Aber erstmal gönnen wir uns eine Sommerpause und werden ab Oktober mit einer neuen Reihe von zehn Folgen beginnen. Lucia, vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir freuen uns, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach den Sommermonaten auch wieder mit dabei sind. Und wie immer, folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.eaberlin.de slash feministische Bibelgespräche.